Wenn an einem Drehset der Ausruf Alles auf Anfang ertönt, bedeutet dies, dass die Szene, die gerade gedreht wird, wiederholt werden muss. In diesem Moment wissen alle Beteiligten, also Schauspieler, Kameras sowie Tonleute und einfach alle, die an dieser Szene beteiligt sind, dass sie ihre Anfangspositionen der zu drehenden Szene wieder einnehmen müssen, da diese nochmals von Beginn an wiederholt werden muss.